Hi und herzlich willkommen bei Reiter Tutorials. In diesem Video würde ich gerne ein paar Daten und Fakten über Mali in einem Video zusammen komprimieren. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gelingen wird, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass ich ein paar Punkte vergessen werde. Deswegen, wenn euch irgendwas auffällt, wo ihr Fragen habt oder wo ihr merkt so, hey, das hast du gar nicht erwähnt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann kann ich das nochmal ergänzen. Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht mit Sachen, werde also ab und zu mal aufs Handy gucken. Das wird ein reines Labervideo. Also wenn euch das zu langweilig ist, könnt ihr natürlich gerne etwas anderes gucken. Was ich auch super interessant fände, ist, wenn ihr selber eine Reitbeteiligung habt oder selber ein Pferd habt, auch mal eure Pferde zu analysieren und auch mal so drunter zu schreiben, hey, das kenne ich oder boah, das wusste ich gar nicht oder dergleichen. Ich lese mir das nämlich super gerne durch und schaue mir auch gerne Vergleiche an, weil ich das super interessant finde. Also ich werde das so in zwei Punkte gliedern. Einmal in das Interieur und einmal in das Exterieur. Also Exterieur heißt so viel wie das Aussehen und die Anatomie des Pferdes und das Interieur spricht eher den Charakter an. Oh, ich könnte mein Handy mal auch leise machen. Mach. Und jetzt kommt noch eine Sprachnachricht rein. Sehr gut. Ich freue mich. Ja, sehr cool. Ähm, die Sandra wollte mich so um 14 Uhr abholen und dann mit hochnehmen. Das war so der grobe Plan, wobei ich Sandra nicht ganz verstanden habe, weil sie auf einmal spontan aufregen musste. Das heißt also potenziell nimmt sie mich mit, wenn sich da nochmal was dran ändert, weil Sandra halt Sandra ist, dann würde ich die nochmal schreiben und dann sehen wir uns gestalten. Ich hätte auch total Lust, ein bisschen Blödsinn Parkour aufzubauen, so Pylonen und Stangen. Hätte ich richtig Bock drauf. Gefällt mir die Idee. Bis später. Oh, ja, cool. Dann freue ich mich auch. Ich kann dich auch mitnehmen. Wir wohnen ja quasi fast nebeneinander. Also schreib mir einfach, wenn du los willst, dann sammel ich dich ein. Du kannst auch wie du willst. Also kannst du selber entscheiden, aber irgendwie kriegen wir dich in den Stall. Bis später. Ich wollte noch kurz das Video drehen und danach gehen wir in den Stall. Zusammen in die Halle. Das wird cool. Wir hatten jetzt sehr viele Tage. Sehr, sehr schönes Wetter, was an sich super schön war. Aber oh mein Gott, die Wiesen sind gar nicht gewachsen. Wir hatten schon Sorge, dass wir zu wenig Heu haben dieses Jahr. Wir machen ja alles selber. Wir sind Selbstversorger und die Heu-Geschichte ist jedes Jahr spannend. Auf jeden Fall hat es gestern und heute tatsächlich geregnet und es freut uns riesig, aber deswegen gehen wir auch in die Halle. Langweilig, aber muss auch mal sein. Ich muss von vornherein sagen, Mali ist ein Straßenköterpony. Dieses Pferd hat keine offizielle Abstammung. Dieses Pferd hat keine offiziellen Papiere und dementsprechend werdet ihr hier keine super krassen Namen oder sowas sehen. Wenn euch das zu langweilig ist, guckt es euch einfach nicht an. Also beginnen wir mit dem Aussehen. Ich gucke gerade. Ich habe ein Bild am Kühlschrank hängen. Kennt ihr die Pferdewaage? Das ist richtig cool. Das ist eine Firma, kann man das so sagen? Ja, eine Firma, die in ganz Deutschland rumtourt und die haben immer eine Waage dabei, wo man sein Pferd wiegen kann. Das kann ich euch mal holen. Die Pferdewaage war am 14.08.2019 bei uns und ich würde das Kärtchen einfach für das Exterieur benutzen. Das bietet sich dafür ganz gut an. Und zwar kann ich das euch einmal hier zeigen. Das ist der Mali. Sein richtiger Name ist Malfurion. Mali ist zur Zeit 1,53 Meter groß und wiegt stattliche 522 Kilo. Wann genau er geboren ist, weiß ich nicht, weil als ich ihn gekauft habe, hatte er weder Papiere, noch Chip, noch sonst irgendwas. Wir vermuten, dass er, also wir haben uns die Zähne angeguckt, auch extra vom Tierarzt angucken lassen. Wir vermuten, dass er 2011 geboren ist. Das heißt, er müsste jetzt so um die 8, 9 Jahre alt sein. So in dem Dreh. Ich besitze Mali jetzt seit dem Sommer 2015. Als ich ihn gekauft habe, war er komplett roh. Also er kannte gerade so die Halfterführung. Er wusste nicht, wie man Hufe gibt. Den Sattel kannte er auch noch nicht richtig. Also wir haben quasi von null komplett angefangen. Da habe ich auch einige Videos zu auf meinem Kanal. Da könnt ihr gerne mal drauf gucken, wenn euch die alten Zeiten interessieren. 2015 ist ja jetzt schon ein Weilchen her. Ich habe Mali im Sommer 2015 gekauft und das war mein erstes eigenes Pferd, was ich auch komplett selber ausgebildet habe. Ich persönlich habe mir das zugetraut, weil ich vorher halt auch schon im Pferdebetrieben gearbeitet habe und auch schon mit Trainern zusammengearbeitet habe. Und auch sehr viel mit Natural Horsemanship gearbeitet habe. Deswegen habe ich mir das auch zugetraut, das selber zu machen. Es ist aber immer von Person zu Person unterschiedlich, ob man das machen sollte. Ich wusste, dass das sehr viel Arbeit ist, aber ich wollte das gerne als Lebensprojekt. Ich wusste, dass ich nicht wie andere Leute jetzt direkt loslegen kann und losreiten kann, sondern dass alles nach und nach und nach und nach und nach über die Jahre aufgebaut wird. Deswegen war das für mich klar. Aber ich würde es nicht jedem empfehlen, weil es sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist und man sehr viel Geld reinstecken muss. Allein die Unterhaltung von einem Pferd, obwohl man es nicht reiten kann, ist für manche Leute ein bisschen schwierig. Ich habe damit kein Problem. Ich habe zum Beispiel das allererste Jahr, also vom Sommer 2015 bis zum Sommer 2016, nur Bodenarbeit gemacht. Ich bin meinem Pferd nicht geritten. Ich habe wirklich nur erstmal die Basics gemacht, die Körpersprache miteinander kommuniziert und so weiter und so fort. Und da haben viele Leute noch nicht mal die Geduld für, was ich auch verstehen kann. Also das Leben ist stressig. Wir sind in einer schnellen Zeit angekommen. Die Leute müssen Geld verdienen. Die Leute müssen arbeiten. Und wenn sie dann noch in ihrer Freizeit quasi nur Arbeiten machen müssen, die sehr viel Geduld erfordern, kann ich verstehen, dass es nicht jeder machen will. Die Frau, von dem ich den Mali gekauft habe, meinte zu mir, dass er ein Lusitano ist, beziehungsweise ein Lusitano gepaart mit Paint. Also müsste, in der Fachsprache nennt man das ein Corsado. Also ein Corsado ist ein nicht rein rassiger Lusitano. Ich habe mir diese Rasse ausgesucht, weil ich die Rasse optisch sehr schön finde und weil sie halt auch einfach so ein bisschen mehr Keck haben. Also Lusitanos sind eher temperamentvoll, sind eher fragend. Und hier noch eine kurze Anekdote, wie ich eigentlich an Mali drangekommen bin. Denn eigentlich heißt es ja, soll man sich auf gar keinen Fall ein junges Pferd als allererstes Pferd kaufen, was mir aber auch so ging. Also bei mir war es so, dass ich kein Pferd kaufen wollte, sondern ich wollte ursprünglich ein 21-jähriges Pferd übernehmen. Das wäre dann mein allererstes eigenes Pferd geworden. Und wir haben auch schon alles vorbereitet gehabt. Ich habe einen Schutzvertrag gemacht. Ich habe extra einen Stall schon quasi angemietet gehabt. Ich habe die Versicherung abgeklärt und so weiter und so fort. Ich habe meine Familie hinterfragt, ob das in Ordnung ist, wenn ich mir in so jungen Jahren ein Pferd kaufe, weil es ist nun mal finanziell ein Einbruch. Und dann war alles abgeklärt, alles war in trockenen Tüchern. Und dann kam aber die Situation, dass der Besitzer gesagt hat, nee, ich möchte das nicht. Also ich möchte mein Pferd wieder zu mir holen. Und dann stand ich halt da, habe wirklich monatelang vorbereitet, gemacht und getan, um wirklich zu versuchen, das Richtige zu tun, damit man halt eben nicht diese Fehler macht, einfach mal ein Pferd zu kaufen. Ja, und dann stand ich da und war aber so weit in der Planung, dass ich mir dachte, nee, jetzt will ich aber ein Pferd haben. Ich habe jetzt monatelang alles gemacht und getan und jetzt plötzlich, nur weil es mit dem einen Pferd nicht geklappt hätte, soll ich das komplett sein lassen. Und dann kam Mali ins Spiel. Er war plötzlich da. Also ich habe ihn in einer Anzeige gesehen. Es waren super hässliche Bilder drin. Ich habe die Anzeige leider nicht mehr. Aber ich habe ihn gesehen und ich dachte mir, das Pferd ist billig. Das Pferd wartet quasi darauf, gekauft zu werden, weil wer kauft so einen Wert? Und es war meine Lieblingsrasse, sehr Wendy-technisch gedacht. Ja, und dann bin ich da hingefahren und habe, was ich sehr wichtig fand, ich habe natürlich, und das würde ich wirklich jedem empfehlen, eine AKU machen lassen, also eine Ankaufsuntersuchung, wo der Tierarzt persönlich guckt, dass das Pferd ordentlich, was rede ich denn, dass das Pferd gesund ist halt einfach. Also natürlich, man kann nicht in die Pferde komplett reingucken, aber der Tierarzt kann dir versichern, dass vorher jetzt nicht unbedingt Krankheiten da sind, wie ein Beispiel Kissing Spines oder dass irgendwelche Verknorpelungen sind, dass die Knochen in Ordnung sind, dass keine Krankheiten mit der Lunge sind und so weiter und so fort. Also eine AKU, das könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wenn ihr das googelt, was da so gemacht wird, würde ich auch jedem empfehlen, auch wenn es ein paar Euro sind, die man da auf den Tisch legt, glaubt mir, diese Euros, die ihr da auf den Tisch legt, sind günstiger, als wenn ihr später die Tierarztkosten habt. War auch so witzig, dadurch, dass er noch roh war und auch nicht wusste, was Longieren ist, hatte Mali dann, als ich ihn gekauft hatte, ähm, ziemlich Angst vor der Longe, weil er für die AKU halt longiert werden musste, weil die müssen einen Atmungstest machen und den hat er dann halt, ja, auch über sich ergehen lassen und war danach ein bisschen traumatisiert. Sorry Mali dafür, aber heute lässt er sich ja frei longieren, also scheint sein Traum vorbei zu sein. Ich habe auch von dem allerersten Tag, wo wir Mali abgeholt haben, ein Video gemacht, das findet ihr auch auf meinem Kanal. Ich glaube, das heißt erstes eigenes Pferd, wenn ich mich nicht ganz irre. Schaut gerne mal vorbei. Er ist ein Palomino. Ein Palomino ist von der Gentechnik her eigentlich ein Fuchs, der aber einen Gendefekt hat und dementsprechend eine andere Farbe entwickelt hat. Außerdem hat er einen Aalstrich und Pinselöhrchen. Das finde ich total süß. Es haben viele Urpferde, zum Beispiel Dünnbännerponys haben das auch und so weiter und so fort. Und ich, egal wie oft ich das sehe, ich mag das total gerne. Was auch interessant ist, er hat eine Mähne, die weiß ist und einen Schweif, der weiß ist. Aber er hat auch, was man an dem Gendefekt sehen kann, in der Schweifrübe sind zum Teil nicht nur weiße Haare, sondern auch schwarz-braun pigmentierte Haare. Und das sieht total witzig aus. Seine Augenfarbe ist braun. Er hat diese typischen iberischen Augen, die ich sehr schön finde. Die sind meistens noch schwarz umrandet und hat einen sehr schönen Blick. Ist jetzt sehr oberflächlich, aber ich finde es immer, ein Pferd muss immer für mich so einen Ausdruck in den Augen haben. Auch wenn es mega oberflächlich ist. Es gibt auch Pferde, die haben nicht diesen Ausdruck in den Augen und sind trotzdem super tolle Tiere. Dann hat er vorne, ich glaube, das ist vorne links und hinten rechts je einen Stiefel, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sind die Füße nicht alle komplett beige, sondern auch weiß. Dann kommen wir zu den Zähnen. Mali wird regelmäßig vom Zahnarzt kontrolliert, was ich auch wichtig finde, wenn man sich auf ein Pferd draufsetzt. Sollte man auch gewährleisten können, dass es dem Pferd gut geht. Man sollte sich meiner Meinung nach nicht auf ein krankes Pferd setzen. Auch wenn man im Nachhinein sagt, ja das wusste ich nicht, finde ich das fahrlässig. Weil, wenn ich ein Pferd besitze oder wenn ich eine Reitbeteiligung bin, sollte ich mir dessen bewusst sein, in dem Moment, wo ich mich auf das Pferd draufsetze, dass mein Sattel passt, dass meine Trense passt und dass das Pferd gesund ist. Auch wenn man es nicht weiß. Wenn man es nicht weiß, kann man sich Hilfe dazu holen. Sprich, man holt sich einen Zahnarzt und lässt die Zähne kontrollieren. Ganz wichtig. Man holt sich einen Hufschmied oder Hufpfleger und lässt die Hufe kontrollieren. Man holt sich einen Sattler und lässt den Sattel kontrollieren. Man holt sich ein Physio und lässt zumindest, auch wenn eine Kontrolle, keine Ahnung, unglaublich viel Geld kostet, macht es zumindest einmal. Lasst einmal reingucken, dass man guten Gewissens weiß, alles ist in Ordnung. So sehe ich das zumindest. Weil, ich weiß nicht, dieses Gefühl, sich auf ein Pferd draufzusetzen und im Nachhinein zu hören, dass das Pferd Satteldruck gekriegt hat, weil der Sattel komplett auf der Wirbelsäule auflag und man dann noch drauf saß und das Pferd gepeinigt hat oder mit der Gärte geschlagen hat, weil es ungehorsam war. Das finde ich schwierig. Also das, ähm, ich persönlich kann es nicht so. Also die Zähne von Mali, dadurch, dass er sehr stark haut, hat er einen sehr starken Abrieb und muss halt öfter zum Zahnarzt als andere Pferde, aber sei es drum. Nochmal zum Exterieur. Ihr könnt auch gerne einmal das Video angucken, was ich mit meiner Physiotherapeutin, das war übrigens, die Sprachnachricht war gerade von meiner Physiotherapeutin, die mit uns seit der Reiten kommt, ähm, könnt ihr euch gerne mal angucken. Da haben wir ausführlich über Malis Körperbau gesprochen. Super interessant. Auch da werden die Dinge thematisiert, wo er Probleme hat, wie zum Beispiel, Mali hat eine sehr steile Schulter. Das heißt, ihr kennt bestimmt diese Bilder von diesen Pferden, die die Beine so hoch heben können. Das kann er nicht. Muss er auch nicht können, aber Fakt ist, das kann er nicht, weil er körperlich gar nicht dafür gebaut ist. Seine Schultern liegen so an, dass er sehr kurze Tritte macht. Dann hat er einen relativ normalen Rücken. Er ist an sich toi 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 und da habe ich richtig Glück. Top gesund. Er hat keine Verspannungen, er hat keine schrägliegenden Wirbel oder sonst irgendwas. Er hat, ähm, ja, was hat er noch? Das einzige, wo er wirklich Probleme hat, exterieurtechnisch, sind seine Hufe. Die sind für den Alltag, den wir haben, leider nicht stark genug. Es ist jetzt nicht so, dass ich fünfmal am Tag reiten gehe und mit ihm sonst was mache. Nein, ich habe ein ganz normales Verhältnis zu Mali. Ich mache mit ihm, wenn es hochkommt, fünf, maximal sechsmal die Woche was. Ich gehe mit ihm ins Gelände, ich gehe mit ihm auf den Reitplatz, ich gehe mit ihm, ja, halt auf ganz normale Böden und das halten seine Füße leider nicht aus. Aber dazu habe ich auch wieder ein Video gemacht. Das könnt ihr auch mal auf meinem Kanal angucken. Und zwar habe ich mir da eine Lösung rausgesucht. Das erste Video zu der Situation ist mit, glaube ich, da rede ich darüber, wie seine Hufe genau sind. Und dann zeige ich euch meine Lösung dafür. Also ich werde demnächst, wahrscheinlich wird es sogar das nächste oder übernächste Video sein, werde ich mit ihm versuchen, eine Übergangslösung zu machen. Also dass wir halt ihm unten was dran machen, damit er besser laufen kann. Und ich hoffe, 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 dass es was wird. Natürlich hätte ich so gerne, dass er für immer wahrfuß bleibt, aber wir müssen jetzt erst mal gucken, dass da was nachwächst. Und wenn er dann eine gute Fußmechanismus-Geschichte hat, dann kann man immer noch wieder auf Barfuß gehen. Ja, okay. Das Thema würde ich jetzt komplett rauslassen, weil ich da eine extra Videoreihe zu mache. Und ich labere sowieso schon viel zu viel. Ach, jetzt ist auch egal, dann kann ich auch weiter labern. Genau, das sind so die Punkte, die er hat. Er ist durch seine Schulter auch sehr vorhandlastig. Das merkt man auch, dass da auch eine Paint, also Paint, das Paint Horse ist ja eigentlich ein Quarter Horse mit anderen Farben. Und die sind halt auch dafür gezüchtet, eben, dass sie diese kurze Schulter haben und dass sie eher vorhandlastig sind. Was für ihn nicht so vorteilhaft ist, weil er da Probleme hat, unterzutreten. Also, Hankenbeugung und Bauchmuskelaktivität ist bei ihm eine schwierige Geschichte. Also, man kann sich auf Mali nicht einfach draufsetzen und dann läuft das, sondern man muss halt wirklich richtig reiten. Ja, und da kommen wir auch schon zu dem nächsten Punkt. Sein Rücken, wie gesagt, ist auch sehr schön und sehr gut für den Rest seines Körpers. Weil dafür, dass er recht klein ist und dafür, dass er eigentlich zu den Iberern gehört, hat er eine recht gute Sattellage. Die ist auch lang genug. Ich glaube, er hat eine Rückenlänge von 52 cm, was schon echt gut ist für diese Art von Pferde. Viele sind da viel kürzer und haben zum Teil nur 45 cm Rückenfläche. Da einen Sattel zu finden, ist immer schwierig. Also, da habe ich zum Glück keine Probleme mit. Mali hat einen dankbaren Rücken. Ein Sattel lässt sich super anpassen. Ohne Sattelreiten ist bei ihm, sagen wir mal so, ein Haffi ist bequemer. Sein Widerriss, das sieht man jetzt leider hier auf dem Bild nicht, aber sein Widerriss ragt leider, was heißt leider? Sein Widerriss ragt halt einfach sehr tief in den Rücken rein. Und zwar genau da, wo man dann auch sitzt, wenn man ohne Sattel sitzt. Und wenn man da nicht wirklich gerade an der richtigen Position sitzt, kann es sein, dass man dann halt einfach mal so einen Knochen reingeschlagen kriegt. Ist für ihn nicht angenehm und für mich nicht angenehm. Aber das war kein Meckern, das ist halt nur die Analyse. Dann nochmal zurück zu dem Kopf. Mali hat ein unglaubliches Bedürfnis, seine Zunge zu bewegen. Also es ist wirklich interessant. Er hat wirklich, er ist mit seiner Zunge immer und überall am Arbeiten. Wenn er nachdenkt, ist die Zunge draußen. Wenn er mit seinen Pferdefreunden spielt, ist die Zunge draußen. Also er ist halt immer am Arbeiten da vorne. Und das merkt man auch, weil er da so immer so ein bisschen am Rumarbeiten ist. Ich glaube, das waren jetzt so die Exterieursachen. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht... Achso, ja, natürlich. Er hat noch eine Blässe. Wie konnte ich das vergessen? Mali hat eine Blässe, die einmal so runter geht und dann so zur Seite. Die ist auch echt süß und gefällt mir auch ganz gut. Ist ein schicker Kerl. Das war's, glaube ich, jetzt zum Exterieur. Falls ich irgendwas vergessen habe oder irgendwelche Fragen habe zum Exterieur, dann sagt gerne Bescheid. Schreibt es unten in die Kommentare. Und dann kommen wir jetzt zum Interieur und zum Charakter meines Pferdes. Mali, wenn man Mali mit einem Wort beschreibt...